Ich will mal wissen was das da ist. Hm. Interessant. Ich kann mich eigentlich irgendwie irgendwie rüberschwingen oder sowas. Seilrutsche benutzen, warte gerade her. Ah, geht doch. Ein Grab ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. Ich hab besseres zu tun. Hab ich mir wohl nur eingebildet. So kann ja sein. Du bist wahrscheinlich Ratten. Dabei hab ich doch so eine scharfe Klinge. Hm, hm, hm. Hm. Ich suche nicht mehr weiter. Nicht doof. Sag mir doch, hier wäre ein Dingens. Dingens. Sag mir doch, hier wäre ein... Ach, hier ist nichts. Was war das für ein Geräusch? Wer ist das denn? Macht vier. Das wäre doch eine niedrigen. Hm. Habe ich mir wohl nur eingebildet. Wenn es wieder kommt... Irgendwie gerade so doof, das zu finden. Ich muss herausfinden, wie man Karagor und Kraux lebendig einpacken kann. Ich weiß nicht was das war! Sicher falscher Alarm! Wieso bin ich selber? Es könnte zurückholen. Ich weiß nicht was das war. Sicher falscher Alarm! Sicher falscher Alarm! Ich weiß nicht was das war! Wieso bin ich selber? Es könnte zurückholfen! Moment! Ich rieche etwas. Dann müssen wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Vielleicht da jemand umher? Wir wollen nur eine Ziege im Gestritten. Zurück an die Arbeit und werden aufzureden. Da war doch ein Geräusch. Wahrscheinlich nur, wenn es wiederkommt, töten wir es. Mir egal. Egal was es war, es ist weg. Zurück an die Arbeit. Ich will nach unten. Das hört sich nicht gut an. Meins. Informationen sammeln. Ah, jetzt sind welche nachgerückt. Die hab ich gerade schon gesehen. Jetzt hab ich noch mehr von solchen Varianten gehabt. Bei der Hochdauer hab ich noch nicht. Was? 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 Gereden Panik, wenn er brennt. Gereden Wut beim Anblick von Karagor. Versuchst den Kampf zuerst zuzuschlagen. Besonders aggressiver Nahkampfangriff. Waffe fügt nachhaltige Giftschaden zu. Schnell durch Treppe. Leben wieder. Oh. Ah. Bin weg. Tschüssi. Ah. Tschüssi. Ah. Es springt auch. Ich will da runter. Jungs. Nein, ich will nicht den greifen, ich wollte auch noch machen. Mal kurz Leben in der Hüter aufsammeln hier. Winduall. Waffenunruhen. Kalte Seele. Jetzt habe ich hier neu. Gunst der Hohen Dame. Aufzählende Brandmachung zur Gesundheit wieder her. Besonders nicht wie ich den Kopf zum Platzen bringe. Ich werde wahrscheinlich meine Hauptquests jetzt fast wieder machen, bevor ich jetzt irgendwie ewig durch die Gegend dümpele sozusagen. Ne. Da A und hier X. Blaue Milch und Malos. Ich kann es mir einfach nicht merken. Red macht einen wechselbeständig an, damit steigt aus seinen Nutzen für seine Zwecke. Halte ihn am Leben und er bringt dich einen Schritt näher zur schwarzen Hansaurons. Oh, der Typ. Was? Das nennst du ein Duell? Nein, das ist ein verlorenes Duell, du Narr. Ach, nee. Nein. Nein. Finde deinen Kopf. Irgendwie verlockend, nicht wahr? Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Verhinde Red Breaks in Richtung. so kurz gucken ich kämpfe doch gerade gegen rock den zwilling glaube ich schade explosionen schaden durch kampftodesstöße genau mich irgendwie bescheuert wo ist denn hier bräuchte explosion ich kann glaube ich auch einfach wenn ich das mache so machen immun gegen fernkampf maafack immun gegen schleichen hast nur kein fliegen sprung blockader vergiftete waffe furchtlos vorsichtig ich werde dein inneres nach außen kehren ja 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 ich bin ja 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 Oh Wollen wir kurz hier eigentlich die ganzen Typen da drum rum töten Deine Leiche wird vom Narcos, Baumi Nein, nicht den Mit diesen Tricks kriegst du mich nicht Zwingt ihn auf den Boden Na, spürst du das? Wir werden dich zuhören So, der ist weg Meins Jetzt leidest du So, Häuptling ist der einverweichste Rang der Urkstreit macht Hauptmännersträne nach dem Häuptling aufzusteigen Einige werden dafür morden und zu erfreund, also Feinde rückgefallen Um zu sein als Leibwächter eines Häuptlings dessen Gunst und Schutz zu verlangen Aus dieser Verbindung lässt sich schließen, dass Prock der Leibwächter eines unbekannten Häuptlings ist Benutzer im Proxan auszuwehren Mock der andere Zwilling Aha Macht 10 Altglieder Häuptling So als muss Hauptmann oder ein Wurm verhören Wenn du ein Hauptling im Vornux Werden auch seine Leibwächter erscheinen Um ihn zu beschützen Zum Freischen Die mehr Hauptaufträge ab Denge daran, dass die Stärken und Schwächen Angriff Plans drücke RT Um Mox Eigenschaften zu sehen Leidet Schaden durch Feindkampf und Schatteneinkampf verwundet werden Leidet Schaden durch Kampf und Schatteneinkampf verwundet werden Ok Kampfbericht Brock der Zwilling Gestorben Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar, was? Geh, bevor ich meine Meinung ändere Was ist mit unserer Abwachung? Damit ist es vorbei Na gut dann, ich dachte nur, dass wir Hä? Wieso ist das jetzt vorbei? Halt! Halt! Wollläufer! Sieh mal! Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört wird er mich zu seinem Leibwächter machen Und was wird mir das nützen? Ein verhälterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich Und du tötest die anderen vier allein Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder Ich bringe dir meine Häuptling mit Und du hast leichtes Spiel Was sagst du dazu? Ich versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren Klar, werd's versuchen ja Was ist das ein Ein Schleimbeutel ey, meine Fresse Redback Duell Versus Und Redback gewinnt Redback der Feigling Wurde befördert Macht sie Macht sie Aber ich habe schon 600 Erfahrungspunkte Fähigkeiten zu haben Trotz seiner Unfähigkeit hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht Er hat ein Talent für das Scheitern Mannführer sind wir gut aufgehoben Habt gesehen wie ihr Schlag um Schlag einsteckt und immer noch Töte Häuptlinge 0 von 4 Yo Logisch Gehen wir eben Häuptlinge töten Schleichaufziehung Letzte Chance Todesstoß Mit Todesstoßen wir an der letzten Chance zu landen Hab ich auf jeden Fall weniger gegen danach Ich koste 640 Mehr Geschosser Ah ich mach das mal Werfen und Runen Die vierte Rune für meinen Bogen Oh keine Rune vorhanden Shit Fahr wie Knorrung Kritischen Trefferserie Einen automatischen Kritischen Treffer zu landen Beim ersten Treffer einer Trefferserie Einen automatischen Kritischen Treffer zu landen Aha Nehmen wir mal Sehen was das bringt So Haben wir hier nochmal Informationen Der Hauptmann hat knallhart gekämpft Und der Grabwandler soll ihn wie einen Grashalm durch die Luft geschleudert haben Das habe ich auch gehört Kein Mensch Zack Meiner Meiner Informationen Das ist ok Sehr gut Was wahrscheinlich erst die entsprechenden Forscht haben sozusagen Um das zu wissen Puuuuhh Nehmen wir mal den hier in der Mitte Beweis dass er mehr Gruffler in seinen Mundstoffe kann als seine Anhänger Status Find sich hier im Gefangenenlager Ok Bei Greden Panikbeantrieb und Graux Kann durch eine agronomstrosische Verwundung Kann der Explosion verwundet werden Ziel markieren Kommt mal im Kannibale Ich habe wahrscheinlich erst mal hier so ein paar von den Hauptmissionen bei Haudersbrunner und diesen geschöpften Namen Mir den Häuptling so dass auch der dunkle Herrscher selbst von den Taten erfährt Sonst noch mehr Was mit das hier jetzt Speere sind offensichtlich die besten Waffen Reichweite und Schärfe Mehr braucht man nicht Es heißt der Waldläufer sei verflucht Wenn es wirklich Geister Magie ist sollten wir uns besser machen Hey Hier war gerade noch ein Infopunkt Spannerei Das ist schon komisch Die eine Sache die ich mir gerade am meisten wünsche ist mehr Schlaf Es ist überhaupt nicht lustig Genau das will ich auch Die schwarze Straße Südliche schwarze Straße So armsehle Ja kleiner War Ich eigentlich irgendwo machen wir wieder diese hochfiegenden Viech da Da Jägerhaus von abgeschlossen Das ist die nächste neue Herausforderung Tötet drei Karagor Mhm Ist ja auch mal direkt fertig Geist angezogen den es Leuchtenherr nennt Dein Schicksal schon mit seinem verwoben zu sein Schauen wir doch mal was Gollum noch so uns zu erzählen hat Und die Geschichte um darum Das ist ganz so einfach Gott um zu töten Zeig mir noch einen Schatz aus deinen Träumen Ja Wir werden uns beweisen Leuchtender Herr Wir zeigen dass wir gut sind Für uns zu ihm Ja Kommt Hier lang Komm schon Nein Das ist schon ziemlich geil animiert muss ich mal sagen Die Zwischensequenzen besonders Los Hier lang Ich bin Folge uns Leuchtender Herr Wir gehen zu den Schätzen beim letzten Mal gab es keine Orchse Sie sprießen aus dem Boden hervor Ich bin viel schneller. Falls du versuchst, wenn ich laufen darf, fang ich dich nicht raus. Ich töte dich. Was war dieses furchtbare Geschrei, das ich gehört habe? Die Patrouille hätte diese Wiese... Sie ist wieder entkommen. Garstige dort oben, tötet sie. Leuchtender Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm, wir zeigen es ihm und er belohnt uns. Piekser da oben, dort. Wir mögen den leuchtenden Herrn, den edlen Herrn. Er riecht gut wie Fisch an der Luft. Hier ist das Gollum weg. Hier ist das Gebiet im Gollum erscheinen zu lassen. Mich verarschen. Hier ist er doch drin. Der leuchtende Herr muss uns den Weg zeigen. Er wird uns führen, uns helfen. Also singen kann er nicht. Das ist gut, dass es unterbrochen hat, dass er seine zweite Persönlichkeit. Wenn ich schon mal hier bin und er sagt mir hier wäre irgendwas. Wie kommt er denn da hoch? Was zur Hölle? Zack, 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 zack. Ich weiß nicht, ob der oben ist. Ähm, doch ist es. Ich warte, danke. Wo muss ich denn hin? Ich finde das Artefakt der Vision. Dein Freund scheint uns allzu gerne in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Ich bin jetzt auf Explosivzeug. Ähm, shit. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ich bin hier vom... Er war Schmied. Er scheint ziemlich gut an. Montage irgendwie gleichzeitig oder sowas. Oh, die schwarze Han Saurons. Hat für ihn den Hammer gemacht. Welch ein edles Geschenk. Ein Geschenk. Doch wo ist... ...mein Scherz? Komm her! Wir laufen da! Charlie! Lass ihn gehen. Was nutzen uns diese Träume? Sie geben uns keine Antwort, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Der Herr wird uns beschützen. Die Frage ist, wer das überhaupt ist. Der Herr hat immer. Sehr gefährlich ist es hier. Wir warten am alten Turm auf ihr. Oh shit. Ich glaube, das ist eine Gule. Fertigkeit freigeschalt. Geistesblitz. Rufe ein gewaltiger Glitzschrank vor der Urux Verletzten. Betäubt so wie Gule Türbel. Sollte ein Trausierer voll aufgeladen. Heintrücker X und A. Okay. Um den Geistesblitz zu verwenden. Sollte ein Tod. Okay. Das war's. Boah, was ist denn das alles, meine Fresse? Boah, wie viele es sind? Oh, elf ist auch gemütlich. Na geil. Hallo, X-Dot-A. Meine Fresse. Achtung. 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 Achtung.